Wir fordern unsere Rechte. Mit diesem dramatischen Aufruf protestierten mehr als 70 Asylsuchende gegen die inhumane Asylpolitik Österreichs. Und wenn dann eine Zeit bleibt, begrüße ich Robert Luger vom Team Straunach. Alle wollen was lernen. Herzlich willkommen in der heutigen Ausgabe. Verkulieren Sie weiter, aber zahlen Sie bitte 20% Umsatzsteuer, so wie jeder für seine Wurst zählen will, dann ist alles okay. Ja, aber ich... Ja!